In den drei Tagen arbeitest du auch mit Übungen oder mit Formen, die im Profitraining alltäglich sind. Also die Teilnehmer bekommen dann auch mal Einblicke, wie das ein paar Liegen höher aussieht. Ja, also ich arbeite mit oft also identischen Übungen, es kommt natürlich auf die Korrekturen und so weiter drauf an, aber natürlich, also ich spiele dieselben Übungen, die ich auch mit meinen Profis spiele. Das ist doch logisch. Das heißt dann aber, es dürfen nur Profis teilnehmen oder an wen richtet sich Advantage Körperbau? Eben nicht, weil das jetzt mal eine Gelegenheit ist für die, die eben keine Profis sind, die aber doch leistungsorientiert sind, also es soll jetzt nicht für Anfänger sein, sondern für die, die sich wirklich auch mal vorausgaben wollen, die sich gut auf die Saison vorbereiten wollen und die einfach den Anspruch an sich selber haben, ihre Leistung zu steigern im konditionellen Bereich sowohl als auch im Tennisbereich und einfach mal dieses professionell aufgebaute Training mitzuerleben.